Musik Hat es sich also schon herumgesprochen, dass mein Mann und ich hier in Großsachsenheim ein neues Schloss gebaut haben? Musik Also, Peter Reinhardt von Sachsenheim und meine Wenigkeit, seine Gattin Margarete? Musik Darf ich mich vorstellen? Anna von Röder. Meinem Vater gehört das gesamte Anwesen hier, nicht nur dieser herrliche Park, sondern auch dieses wunderbare Schloss. Und wissen Sie, was mich mit besonderem Stolz erfüllt? Musik Musik Das Schulgebäude ließ sich direkt hier neben dem Schloss errichten. Ja, ja, Sie haben recht. Da stehen Sie schon, die ersten Schülerinnen, die damals aus ganz Deutschland zu uns anreisten. Musik Mike, wollen Sie einmal kurz sehen, woran ich gerade arbeite? Musik Vielleicht erkennen Sie das Motiv sogar wieder. Musik Musik Ein Reinhardt von Sachsenheim hat sich nicht nur um seine Besitzsthema in Sersheim, Groß- und Klein-Sachsenheim, Bissingen und Untermberg zu kümmern. Nein! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020